In diesem Video lernst du, wie du ganz einfach Bilder von deinem Rechner in deine Artwork-Dateien zufügst und sie anschließend einbettest. Bevor wir ein Bild unserem Artwork hinzufügen, solltest du darauf achten, vorab die Ebene Artwork auszuwählen, damit das Bild noch auf der richtigen Ebene landet. Nun nehmen wir uns ein Bild mit der Auflesung von 300 dpi und ziehen es per Drag & Drop in das Template. Füge bitte ausschließlich Bilder im Farbmodus CMYK deiner Dateien zu. Weitere Infos dazu findest du im Video richtiger Farbmodus. Die Größe und den Drehwinkel des Bildes änderst du über die 4 Außenecken. Öffnen wir nun über dem Menüpunkt Fenster das Dialogfeld Verknüpfungen. Hier siehst du alle Bilder deiner Datei. Ändert sich der Ablageort deines Bildes, beispielsweise wenn du das Bild in einen anderen Ordner ziehst, erhältst du zunächst eine Fehlermeldung, mit der du das Bild suchen kannst. Ich ignoriere sie aber jetzt erstmal, um dir zu zeigen, wie falsch verknüpfte Bilder angezeigt werden. Wenn sich nun also der Ablageort des Bildes geändert hat, erscheint neben des Bildes ein rotes Fragezeichen. Das heißt, dass dein Bild nicht mehr verknüpft ist und nur noch bedingt bearbeitet werden kann. Ich ziehe das Bild jetzt aber erstmal wieder in den ursprünglichen Ablageort. Wie du siehst, ist das rote Fragezeichen verschwunden. Das heißt, die Verknüpfung funktioniert wieder. Nun kommen wir zum Einbetten von Bildern in die Datei. Da du dein Artwork im Kundenkonto lediglich als PDF hochlädst, ohne den gesamten Ordner mit den verknüpften Bildern, ist es wichtig, alle Bilder vor der Finalisierung in die Template-Datei einzubetten. Hierzu begibst du dich wieder in das Dialogfeld Verknüpfungen, klickst oben rechts auf die drei Striche und anschließend auf Bilder einbetten. Wie du siehst, sind hier bei meiner Zitrone die diagonalen Striche über dem Bild verschwunden. Im Fenster Verknüpfungen verrät dir ebenfalls das kleine Symbol mit den Dreiecken und dem Quadrat, dass das Bild eingebettet ist. Achte daher bitte unbedingt darauf, dass auf allen Ebenen der eingefügten Bilder dieses Symbol zu sehen ist.